Wir verabschieden uns nun von Greal Marcus und 40 Jahren No Future. Anfang 1978 spielt Sex Pistols Bassist Sid Vicious seine Version von Sinatras My Way ein, bevor er sechs Monate später seine Freundin in New York ersticht und 1979 an einer Überdosis stirbt. No Future, eine Tatsache oder heiße Luft? Die Faszination des Punk für das Morbide, den Verfall, für alles, was keine Zukunft hat, für den Tod, die gab es, aber sie wurde künstlich aufgebläht. Beim Punk ging es vor allem darum zu zeigen, ich bin, ich lebe, ihr könnt mich nicht ignorieren, und auch zu sagen, die Welt ist nicht so, wie sie scheint.